Ich lese eine Geschichte, die heißt das Weihnachtsfest aus der Sicht Außerirdischer. Ich informiere Sie hiermit über die vergangenen Erforschungen der Einwohner des blauen Planeten. Während der letzten Wochen war vor allem die emsige Geschäftigkeit, mit der die Erdenbewohner in ihren Siedlungsräumen umherwandeln auffallend. Es scheint, ob sie gebannt auf irgendein Fest hinfiebern, wodurch sich auch die zahlreichen Verzierungen ihrer Behausungen erklären lassen würden. An sämtlichen Ebenen Tunneln, die die Ballungszentren wie Adon durchziehen, sind nämlich festlich anmutende Ornamente angebracht. Von nicht minderer Bedeutung ist auch die Erkenntnis, dass die Erdlinge an einem bestimmten Tag im Monat anscheinend irgendetwas zelebrieren, in dem sie ein wachsartiges, kolbenförmiges Objekt anzünden. Als ich mich erst letzte Woche auf dem Gebiet einer riesigen Kontinentalplatte östlich eines hoffnungslos verschmutzten Kontinents hinabließ, kam mir zum ersten Mal der Grund für all die Hektik zu Ohren. Weihnachten. In ihrer primitiven Sprache und den mangelhaft kommunikativen Fähigkeiten ist ihnen wohl keine bessere Bezeichnung in den Sinn gekommen. Während ich hier ganz in der Nähe unserer Raumstation, welche sich auf dem Erdtrabanten befindet, in der Luft schwebend diese Zeilen niederschreibe, feiern die Erdlinge gerade Besagtes fest. Die größeren und grober Aussehenden überreichen den kleineren, schmächtigeren Bewohnern offenbar ihren Nachkommen Pakete in glänzenden Materialien gehüllt. Manch ein Sprössling freut sich übermütig über die Gaben, während sich andere mit enttäuschten Minen schmollend in ihre Einzelhöhlen zurückziehen. Meist wird vorher noch eines der imposanteren Gebäude dieser Spezies besucht, in welchen die Erdlinge eigenartige Verse vor sich hinmurmeln und andächtig den Himmel blicken. Interessant ist auch das Gebaren manch Erdenbewohner, die Pakete unter grünen, toten Bäumen mit spitzen Nadeln zu deponieren. Die Bäume dienen offensichtlich zur Abschreckung der Nachkommen, damit diese nicht auf die Idee kommen, die Päckchen zu früh zu öffnen. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Verhalten der Erdlinge um diese Zeit herum bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Weihnachtsfest ganz im Gegensatz von allen anderen armseligen Leistungen des Menschenvolkes durchaus ein respektabler Brauch ist. Vielen Dank.